Wie gut ist das Buch von Jeremy Fragrance? Ich wusste gar nicht, dass Jeremy Fragrance schreiben kann. Ich dachte, der macht nur Liegestütze. Liegestütze. Wenn man mal auf Amazon guckt, findet man neben diesem tollen, lebensgroßen Jeremy Fragrance-Popaufsteller, bei 10.000 Likes kann er schon bald da hinten im Hintergrund stehen. Okay. Power, Baby! Jeremy Fragrance wird von vielen für verrückt gehalten. Ja, ich glaube auch, der hat nicht mehr alle Latten am Zaun, aber ist erfolgreich, I guess. In Wahrheit ist Jeremy Fragrance aber wohl der einflussreichste und bedeutendste Philosoph des 21. Jahrhunderts. Schon immer seiner Zeit voraus mit philosophischen Ansätzen, die so hochkomplex sind, dass wir sie mit unserem stumpfsinnigen Gehirn einfach nicht greifen können. Dieser große Denker hat nun seine Lehren endlich in einem Buch zusammengefasst. Gott sei Dank. Power, Baby! Die Jeremy Fragrance-Story. Natürlich könnte ich an der Stelle einfach jetzt meine Meinung zu diesem monumentalen Werk abgeben, aber das würde dem einfach nicht gerecht werden. Ich möchte gerne Abschnitte daraus vorgelesen bekommen. Stattdessen versuchen wir die distributiven Gedankengänge eines Jeremy Fragrance anhand der wichtigsten Zitate zu analysieren und zu verstehen. Oh, ich liebe dieses Video jetzt schon. Ah, das ist genau mein Scheiß. Dieses Epos besteht aus 207 Seiten. Auf manchen davon lassen sich Abbilder des großen Denkers finden. Abbilder wie dieses hier, damit auch bildungsferne Anhänger sich ein Bild ihrer Ikone machen können. Für manche mag der Schreibstil hier etwas diffus wirken. Sinnlos aneinandergereihte Sätze, wilde Themensprünge, ständige Wiederholungen. Doch schaut man genauer hin, erkennt man hier die Genialität einer Ausnahmeerscheinung. Wie auch bei anderen großen Werken bedarf es hier einfach einer Interpretation, um den wahren, genialen Kern eines Jeremy Fragrance verstehen zu können. Power, Baby! ist nicht irgendein Buch. Ja, das merkt man schon allein an seiner Struktur. Denn Jeremy Fragrance hat nicht, wie typischerweise, ein Vorwort. Nein, er hat auch nicht zwei Vorworte. Nein, Jeremy Fragrance hat drei Vorworte. Das erste von ihm selbst, natürlich. Das zweite von seinem Co-Autor Kevin und das dritte von Julian Buckhouse. Ah! Wer ist Julian Buckhouse, Jet? Nun fragt ihr euch bestimmt, wer ist Julian Buckhouse? Das ist der Typ, der als Multimillionär gerne mal mit dem Privatjet rumfliegt und in einer Debatte um den Klimawandel das hier gesagt hat. Herr Buckhouse, wo und wie kommen Sie Ihrer Verantwortung für die nachfolgenden Generationen und unserer Umwelt nach, vielleicht auf die Schnelle? Was könnte jemand sagen, der Herr Buckhouse heißt? Herr Buckhouse sagt, er fährt einen Porsche Taycan und... Nach mir die Sintflut. Ich habe keine Kinder. Okay. Okay. Alles klar. Was habe ich auch erwartet, Digga? Was habe ich auch erwartet? Ich muss mich kurz strecken und die ekelerregende Antwort von mir abprallen lassen. Das war zumindest ehrlich, denke ich. Nach mir die Sintflut, Digga. Ich habe keine Kinder. Heute bei ZDF. Vielen Dank für Ihren Kommentar, Herr Brackhouse. Wie gesagt, manches ist für uns kleine Würmer einfach noch nicht greifbar in diesem Buch. Nicht greifbar ist auch Jeremy oft. Nicht nur für uns, auch für seinen Autor. Denn der schreibt nämlich in seinem Vorwort. Ist er wirklich so verrückt wie in den Videos, in denen der ganze Tische zum Einsturz bringt? Macht er wirklich aus dem Nichts Liegestütz auf einer Hand? Hat er wirklich ein Rad ab? Ein wunderbares Vorwort von einem Mann, der mit diesem Bibel-ähnlichen Werk sein erstes Buchprojekt umgesetzt hat. Also nicht Jeremy, sondern Kevin, der Autor. Und waren die Lehren Jesu damals nicht auch das erste Werk des Evangelisten Markus? Ich kann mich an kein Buch davor erinnern von dem. Und so reiht sich Kevin hier in eine Gruppe von Männern ein. Homer, Platon. Platon. In fucking Platon. Der Evangelist Markus, die mit ihrer Schrift der Menschheit eine neue Welt sich präsentierten und diese über Jahrtausende prägten. Und Jeremy lässt uns an seinen Gedanken, ja an seinem Leben teilhaben. Über die Jahre habe ich verschiedene Gewohnheiten aufgebaut, die mir helfen, extrem krass zu sein. Extrem krass zu sein. Das Buch ist auch etwas, da kann man auch zitieren, frei. Frei. Dieses Gerity Fragrance Zitat des Tages könnte man machen. Und ist das nicht unser aller Ziel? Extrem krass sein? Dabei wirkt der Autor hier keinesfalls distanziert, sondern bietet seinen Anhängern praktische Tipps für das alltägliche Leben. Mein Tag beginnt grundsätzlich um 5.11 Uhr. Mein Wegton ist der Titelsong des Films Bad Boys. Cool. Sollten auch wir diesem Beispiel folgen, um in den Zustand transzendenten Seins zu gelangen. Warum denn 5.11 Uhr liegt in den Zeilen? Bad Boys, Bad Boys. What you gonna do? What you gonna do when we come for you? What you gonna do when they come for you? Der Schlüssel zu einem vollkommenen Leben. Nur... Hier schreibt Kalkreis auf jeden Fall eine richtige Frage. Wie würdest du deine Krassheit einschätzen? Ich weiß nicht genau, wie man meine Krassheit messen kann. Experten sind sich da auch noch nicht so sicher. Weil jedes Mal, wenn ich die beiden Metallstäbe, die ich berühren muss, um das Krassometer zum Ausschlagen zu bringen, dann geht das Display kaputt. Aber ich bin schon ziemlich krass, würde ich sagen. Jeremy weiß die Antwort. Ich habe bei Lebensmitteln immer darauf geachtet, was es mit mir macht. Wie fühle ich mich? Fühle ich mich geil? Fühle ich mich so, als ob ich gleich mit einem Mädchen intim sein will? Wenn du verstehst... Oder du... Natürlich verstehen wir. Wer kennt nicht das Gefühl, man isst eine schmackofatzige Beefyroll XXL und ist sofort bereit danach, ein paarungsfähiges Weibchen zu besteigen. Der sexuelle Akt als das ultimative Ziel männlichen Lebens. Dieses Animalische, dieses Rohr durchzieht das gesamte Werk und wird uns noch einige Male begegnen. Denn wenn man es noch extremer machen möchte, kann man sogar auf Restaurants, Lounges oder Hotels verzichten. Was natürlich für Menschen mit einem Job eine sehr harte Sache ist und wäre, weil ich es liebe zu essen und gleichzeitig mache ich extreme Essensexperimente. Ich muss gestehen, auch wenn ich die Schriften von Jeremy sehr ausführlich studiert habe, bin ich hier doch an meine interpretatorischen Grenzen gestoßen. Mit Kampfsport beginnen, ein Sixpack bekommen und richtig hart trainieren, mit Mädels flirten und eine Social Media Seite wie Instagram oder TikTok starten. Jeremy stellt seinen Anhängern hier einen exemplarischen Lebensentwurf vor. Vor allen Dingen steht da drin, wenn er 13 ist, wenn du jetzt 13 sein solltest und das Buch liest, dann empfehle ich dir genau vier Sachen. Erstens, du suchst dir ein Kampfsportgym in deiner Nähe und startest damit. Zweitens, du siehst zu, dass du ein Sixpack bekommst und richtig hart trainierst. Um nicht nur deine Stimme, sondern auch deinen Körper früh zu schärfen. Drittens, du beginnst jetzt schon damit, Mädels kennenzulernen, indem du mit ihm flirtest. Viertens, du startest deine Social Media Seite, Instagram oder TikTok und tobst dich aus. Jeremy fucking Fragrance. Mit 13. Fünf Profit. Mädels flirten und eine Social Media Seite wie Instagram oder TikTok starten. Jeremy stellt seinen Anhängern hier einen exemplarischen... Hast du Kopfschmerzabletten? Ich habe nämlich gerade sehr starke Schmerzen, wenn ich diese Zitate höre. Ich habe sehr starke Schmerzen, wenn du noch ein einziges Mal nämlich mit Haar schreibst, Digga. Aber das wird nicht an Jeremy Fragrance liegen und auch nicht daran, dass du nämlich mit Haar geschrieben hast, sondern an der Tatsache, dass es zeitnah Unwetter gibt und du wahrscheinlich sehr sensibel auf die Wetterveränderung reagierst. Ein Entwurf, der schon im kritischen, prägungsfähigen Alter von 13 Jahren beginnen soll. Das Stählern des Körpers, um gegen äußere Einflüsse geschützt zu sein. Auch, so Jeremy, soll man sich früh um seine Zukunft kümmern. Ein weiser Rat. Und zwar mit einem TikTok-Account. Selbstlos rät er ihnen, den gleichen Weg einzuschlagen wie er. Wahrlich. Ein wahrer Meister. Und vor allem wird hier wieder das Animalische geprägt. Schon im jungen Alter von 13 Jahren sollen Heranwachsende ein Sixpack vorweisen, um bestmöglich paarungswillige Weibchen beeindrucken zu können. Außerdem liegt... ...im Flirt das ultimativ Männliche. Der Gewinn der Gunst eines Weibchens. Jeremy denkt hierbei vor allen Dingen an seine jüngeren Anhänger. Er möchte sich schon frühzeitig auf ein hartes Leben voller Konkurrenzkämpfe vorbereiten. Und wie geht das besser als mit einem Sixpack und einem TikTok-Account? Das gilt aber im Grunde für jedes Alter. Denn wir können uns in jedem Alter dazu entscheiden, noch geiler und noch krasser zu werden. Und da hat Jeremy Fragrance recht. Da hat er auch recht. Eine der zentralen Lehren des Jeremys. Ein Schritt für euch beispielsweise, noch geiler und noch krasser zu werden, ist ein ganz natürlicher Schritt eigentlich. Sollte man meinen, aber viele nehmen es noch nicht wahr. Es ist ein Abonnement auf Ko-fi. Dem Zahlungsabwickler, bei dem ich 100% des Supports bekomme. Denn so zeigt man wirklich, dass man krass ist. Das Streben nach Perfektion, nach stetiger Verbesserung. Das ständige Messen mit sich selbst. Geiler und krasser als oberste Maxime im Leben. Aus diesen Gedanken entsteht wahre... Darf ich mit meinem Sixpack auch andere Männchen kennenlernen oder müssen das Weibchen sein? Also, was du kennenlernen willst, ist in deinem Ermessen. Wir haben 2023. 2023. Ich kann nur sagen, ich habe das von Jeremy Fragrance wahrgenommen, was er gesagt hat. Und ich bin über meine Kompetenzen, die ich am Anfang hatte, weit hinausgewachsen. Ich habe mich nicht für das Sixpack entschieden, ich habe mich für das Fass entschieden. Und aufgrund dieser Entscheidung stehen mir einfach viel mehr Ressourcen zur Verfügung. Und ihr könnt das auch. Wissenschaftlich belegt ist, dass wir rund 60.000 einzelne Gedanken am Tag haben. Bei mir sind es eher so 173. Und die meisten davon sind sich wiederholende Gedanken wie... Number One, ich bin der Geilste und let's go, weiter geht's. Warte, was? Wissenschaftlich belegt ist, dass wir rund 60.000 einzelne Gedanken haben am Tag. Und bei mir sind es eher so 173. Vor allen Dingen, erst mal... Okay, 60.000 Gedanken, ist das mal dahingestellt. Aber wie kommt man denn auf 173? 173? Wo kommt diese Zahl denn her? Warum nicht 187, wenn man die Chance dazu hatte? ...auf den ersten Blick etwas irritieren. Es klingt vielleicht so, als wäre Jeremys Denkweise sehr beschränkt. Nur 173 Gedanken am Tag. Nur sieben Gedanken pro Stunde. Und dann nur... Bruder, sieben Gedanken pro Stunde macht's ja mega geil. Jeremy Fragrance. Sieben Gedanken die Stunde. High Performance. ...dreißig ständig wiederholende, ja fast dumme Phrasen. Dahinter steckt jedoch ein spätueller Zustand... Leondra. Oh Gott, Leondra, dankeschön. ...es geschafft hat, frei zu werden von dem naiven Denken der normalen Menschen. Jeremys Geist braucht nur drei einzelne Phrasen. Number one. Ich bin der geilste. Let's go, weiter geht's. Man kann fast sagen, ein wahres Genie. Viele fragen mich, wer mich inspiriert hat, so zu sein, zu denken, zu handeln, wie nur ich es tue. Weil ich eben der Beste in meinem Feld bin. Ich habe eigentlich drei Leute im Kopf gehabt, denen ich den Credit geben würde, mir da weitergeholfen zu haben. Der dritte fällt mir gerade nicht ein. Also nehme ich als dritten einfach mich selbst. Weil ich mich einfach geil finde und mich selbst mittlerweile auf diesem Level sehe. Es ist halt einfach... Jeremy Fragrance hat dieses Buch übrigens an einem Nachmittag... Trio-Infernale. Trio-Infernale, dankeschön. An einem Nachmittag schreiben lassen, dankeschön. Donald Trump fand und finde ich absolut geil. Hier zeigt sich wahre Genialität. Anstatt nochmal zu überlegen und nachzudenken, möchte Jeremy keinen seiner wertvollen 173 Gedanken verschwenden. E wäre keine Antwort besser gewesen, als sich selbst als höchsten Maßstab zu nennen. Und noch mehr lernen wir aus diesen Zeilen weitere Denker, die Jeremy geprägt haben und die auch wir weiter studieren können. Donald Trump. Ich mag diese ständigen Abo-Fallen nicht. Da verliert man so leicht die Kontrolle über seine Ausgaben Jujon 5. Richtig. Das ist ja der geheime... Der geheime Deep-State-Plan dahinter. Der aktuell wegen Entwendung streng geheimer Regierungsinformationen... Ach Mist, ich habe mich verschrieben. Ich meinte natürlich Ausgaben. Jujon 5. Danke. ...der dann in seinem Gästeklo gelagert hat, vor Gericht steht. Der vor kurzem wegen sexuellen Missbrauchs verurteilt wurde. Der nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine über das russische Militär gesagt hat, das sind die größten Friedenstruppen, die ich je gesehen habe. Wir könnten die an unserer Südgrenze gebrauchen. Ich denke, Jeremy hat recht. Von solch großen Denkern können wir bestimmt noch einiges lernen. Wenn du dich selbst geil findest, wirst du andere Leute oder Aspekte an anderen Leuten geil finden. Ich fühle mich heute total geil. Also... Das steht da wirklich in diesem Buch, oder? ...so sehe ich geile Sachen in Kevin, der hier mit mir sitzt, gut riecht und ein stabiler Typ ist. ...oder... ...new Coffee-Subscription vom Suraco. Ich glaube, dass Jeremy Fragrance dieses Buch auch im Universum der rein fiktiven Filmreihe Idiocracy hätte releasen können. Und es wäre dort nicht groß aufgefallen. Denn wenn du schreibst, wenn du dich selber geil findest, wirst du andere Leute oder Aspekte an anderen Leuten geil finden. Ich fühle mich heute total geil. Also sehe ich geile Sachen in Kevin, der hier mit mir gut sitzt, gut riecht und ein stabiler Typ ist. Bruder... Das ist einfach, das ist, also das ist, ich, 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 ich... Okay? ...eine direkte Namensnennung vom Evangelisten Kevin. Laut Jeremy sitzt er direkt an seiner Seite. Man könnte ihn also als den ersten Jünger bezeichnen. Er riecht gut. Ein außerordentliches Lob. Aus dem Mund der größten Parfüm-Ikone der Welt. Welch geheimer Duft Kevin dabei jedoch umgibt, bleibt ein Geheimnis. Und vor allem ist er ein stabiler Typ. Diese Worte des Lobes beweisen, dass Jeremy in ihm den Auserwählten sieht, der seine Gedanken niederschreiben und in die Welt tragen soll. Diese Zeilen bilden die Legitimation von Kevins Position. Das liest sich wirklich so, hier schreibt es jemand, das liest sich einfach so, als hättet er dem einfach dem Autor die ganze Zeit Sprachnachrichten geschickt. Stell mal vor, der Typ, der dieses Ding schreibt, kriegt die ganze Zeit Sprachnachrichten von fucking Jeremy Fragrance. Schreibt da einfach rein, dass ich der geilste Typ bin. Und ich finde Donald Trump geil. Und ich fühle mich heute so geil, dass Leute in meiner Umgebung, dass ich die einfach auch viel geiler wahrnehme. Weil wenn du in meiner Nähe sitzt und ich bin geil und ich finde dich auch geil, dann riechst du gut und dann bist du stabil, Digga. Jeder, der bis dahin an seinen Qualitäten gezweifelt hat, sollte nach diesen Zeilen sofort verstummen. Es gibt einen interessanten Moment in meinem Leben, als ich Auto gefahren bin. Okay. Diese Geschichte könnte auch mit dir was machen, achte mal drauf. Ich war total im Flow, wieder ein geiler Tag hinter mir und ich habe mich motiviert gefühlt. Biege rechts ab und merke so, was merkt Jeremy Fragrance? Fuck, ich sehe meine Hände. He, ich bin es. Kevin. Ich fühle mich gerade richtig geil und sage mir so, gogo stabiler Typ. Deswegen gönne ich dir, du geiler typisch Kevin. Was? Bruder frisst Jeremy Fragrance, bevor der Auto fährt, erstmal eine Handvoll Pilze oder was? Alter, fuck, ich sehe meine Hände. Bruder, da hättest du ja alles sagen können. So, oh mein Gott, ich hätte fast einen Fahrradfahrer überfahren, der hat den Sinn des Lebens neu verstanden. Aber fuck, ich biege rechts ab und merke so, fuck, ich sehe meine Hände. Bruder, was ist denn passiert einfach? Was ist denn passiert? Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Wisst ihr, was in dem Buch hoffentlich vorkommt? Ich hoffe, in dem Buch steht drin, wie oft Jeremy Fragrance schon des Raumes verwiesen wurde, weil er unangekündigt einfach angefangen hat, Liegestütze zu machen auf einem Arm. Das ist die Frage, die ich habe. Jeremy Fragrance, vielleicht kannst du mir das sagen. Wie oft ist es schon vorgekommen, dass du den Raum verlassen musstest, weil du in irgendeiner Veranstaltung oder wegen irgendwas passiert ist, Power gerufen hast und dann hast du auf einem Arm Fliegestütze gemacht? Ei, ei, ei. Alter Schwede. Alter Schwede. Jeremy spricht Wahrheit. Diese Geschichte macht etwas mit mir. Ich weiß zwar noch nicht genau, was der Satz, fuck, ich sehe meine Hände, mir sagen. Aber ich bin sicher, dass wir irgendwann als Menschheit auch diese Zeilen entschlüsseln können. Vielleicht von anderen zukünftigen Gelernten, die ebenfalls die Schriften Jeremys studieren und interpretieren werden. Es gibt wundervolle, nette Menschen wie meine Mutter oder ein Typ, der Fahrkarten verkauft. Ja. Aber sein Wert ist so leicht austauschbar, dass er nicht die gleiche Summe bekommt wie ein Mensch, der ein Mittel gegen Krebs entwickelt. Preach it, boy. Preach it. Jeremy teilt die Menschheit hier in zwei Klassen von unterschiedlichem Wert. Menschen wie ein Typ, der Fahrkarten verkauft oder seine Mutter sind leicht austauschbar. Der ist einfach auch berühmt, ne? Ich gehe davon aus, dass da Leute auch dieses Buch gekauft haben und gesagt haben, das ist mein Idol. Dieses Gleichnis soll uns zeigen, manche Menschen sind ersetzbar, manche nicht. Nicht die eigene emotionale Bindung wie bei einer Mutter ist ausschlaggebend dafür. Nein, nur das, was du tust, ist entscheidend. Also Freunde, geht raus und entwickelt Mittel gegen Krebs. Ich erinnere mich noch genau an drei Sachen, die mich emotional echt begeistert haben, als ich das erste Mal für sie Geld ausgegeben habe. Meine erste Ausgabe überhaupt, an die ich mich erinnere, waren Süßigkeiten am Kiosk für ein paar Pfennige. Dann ein Multivitaminsaft bei der Bäckerei neben meiner Schule. Oh. Damit habe ich dann meine Mitschüler beeindrucken wollen, weil ich die Flasche mit einem Zug austrinken konnte. Krank. Die dritte Ausgabe waren Go-Go-Figuren. Kleine Plastikfiguren, die ich damals gesammelt habe. Die Dreifaltigkeit des emotionalen Geldausgebens. Süßigkeiten, Multivitaminsaft, Go-Go-Figuren. Was für die Christen das Brot, sind für uns Süßigkeiten. Was für die Christen der Wein, ist für uns Multivitaminsaft. Schmeckt sowieso besser. Und was für die Christen der heilige Segen, sind für uns Go-Go-Figuren. Also Freunde, zieht los, esst Süßigkeiten, trinkt Multivitaminsaft und verschenkt Go-Go-Figuren an eure Mitmenschen. Auch für dich zur Info, gerade in den Lebensjahren 21 bis 27 hast du richtig geiles Testosteron und bist extrem risikofreudig. Ob männlich, weiblich, introvertiert, extrovertiert, egal. Zwischen 21 und 27 sagt das Gesetz richtig geiles Testosteron und extrem risikofreudig. Mit brennenden Kettensägen jonglieren, beim Russisch Roulette mitmachen. Es liegt einfach am Alter. Und am richtig geilen Testosteron. Das Einzige, wofür ich mein Geld aktuell noch ausgebe, sind Immobilien. Ja, zu Recht. Das ist zwar selten der Fall, aber ich gebe nicht mal mehr Geld für neue Kleidung aus. Außer für Socken oder von mir aus Unterhosen oder sowas. Nagelt mich nicht fest, wenn ich doch mal ein T-Shirt gekauft habe. Aber grundsätzlich gebe ich für Kleidung kein Geld mehr aus. Jeremy... Dieser Satz, ey, ich nagel euch drauf fest, das kommt zu 1000% aus Sprachnachrichten. So, Jeremy Fragrance hat gesagt, ey, lass mich ein Buch schreiben, aber ich schicke dir alles per Sprachnachricht. Darum ist das auch so verwirrend, weil selbst der Autor das nicht hingekriegt hat. Jeremy bietet klare finanzielle Ratschläge an seine Follower. Geld nur für Immobilien ausgeben. Kein Geld für Klamotten. Also, äh, außer für Socken und Unterhosen. Und mal ein T-Shirt. Oder auch mal ein T-Shirt. Ja, kann auch mal passieren. Aber ansonsten, kein Geld für neue Kleidung. Dieses anpassungsfähige, bedarfsgerechte Modell zeigt, halte dich immer an deine Regeln. Also, äh, außer es ist unpraktisch. Dann mach auch gerne mal was anderes. Aber häufig stehen wir ja vor Entscheidungen. Soll ich in eine Boyband gehen oder mein Studium fortführen? Hab ich auch schon die Frage gehabt. Hab mich dann gegen beides entschieden. Ich habe einfach auch keine, ich habe auch keine Erklärung dafür. Es ist einfach auch gut. Es ist einfach auch echt, ei, 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 ei. Ein Alltagsbeispiel. Aus dem Leben gegriffen. Realitätsnah. Das ist es, was Jeremy so einmalig macht. Er ist greifbar für seine Follower. Jeder, der nun genau an diesem Entscheidungspunkt steht, weiß also, was er jetzt zu tun hat. Dann gibt es die Banker und Fachwirte mit Stock im Arsch, die schwer aus der logischen Denkweise rauskommen. Du weißt, was ich mit Stock im Arsch meine. Nicht wortwörtlich, sondern ein steifes und unemotionales Verhalten. Hier rudert Jeremy klar zurück. Zwar redet er oft in Bildern und Gleichnissen, in diesem Fall explizit aber nicht. Es geht explizit nicht um einen Stock, der im Arsche eines Bankers oder Fachwirten steckt. Dieser Stock, der sich im Arsche der jeweiligen Person befinden soll, steht nur symbolisch für etwas. Sprachlich geschickt gewechselt, um seinen Anhängern die Metaphorik deutlich zu machen. Und es sei noch mal für zukünftige Generationen gesagt, das mit dem Stock und dem Arsch nicht wortwörtlich nehmen. Das klingt jetzt sicher etwas merkwürdig, aber ich hatte den Vorteil, wie ein Schwarzer tanzen zu können, ohne schwarz zu sein. Dieses charakterliche Blackfacing wirkt für manche auf den ersten Blick wohl etwas irritierend. Dabei steckt hier eine der großen Stärken Jeremys. Wandelbarkeit. Schwarz-Weiß, diese einschränkenden Merkmale spielen für Jeremy keine Rolle. Er vereint in sich einfach uns alle. Gleichzeitig weiß ich aber auch selbst, wie ich Leute verarschen kann. Ich kann jedem das Geld aus der Tasche ziehen, wenn ich will. Okay. Das hat er gesagt? Ja, aber... Hat er bestimmt nicht so gemeint, oder? Also... Ähm... Ja. Gleichzeitig waren bei ihm im Zimmer die ersten Billigparfüms von Max. Oder einer vergleichbaren Marke. Kann auch eine andere Brand gewesen sein, aber du weißt, was ich meine. Ich glaube sogar, dass es nicht Max war, aber ein vergleichbares, günstiges Parfüm von damals vor ca. 25 Jahren, das ich dann auch ausprobiert habe. Max oder nicht? Ja, nein, vielleicht. Was spielt das schon für eine Rolle? Solche Details sind unwichtig, austauschbar. Würde Jeremy jetzt an einem anderen Punkt im Leben stehen, wenn es kein Max-Parfüm gewesen wäre? Wohl kaum. Und so ist es mit vielen unwichtigen Dingen im Leben. Vermeintlich machen sie in der Situation einen Unterschied. In der Retrospektive betrachtet, aber überhaupt nicht. Ihr merkt, so oberflächlich manche Gedanken wirken, so tiefgründig und wegweisend sind die Erkenntnisse, die man daraus gewinnen kann. Beim nächsten Gleichnis geht es um Jeremys zukünftige Familie, seine Frau und seine Kinder. Oh, ich bin sehr gespannt. Vermutlich, wenn wir einen Sohn haben, würde ich ihn gerne Daniel nennen. Das zweite... Ja, wichtig. ...ein Kind könnte eine Tochter sein. Sie könnte dann den Namen meiner Ehefrau haben, wenn das gewünscht wäre. Haha, haha, hahaha. Boah. Gut, Leute, es ist auch echt spät. Können wir bitte irgendwie weitermachen? Ja, weiß ich jetzt auch nicht, was ich dazu sagen soll. Ja, nenn deine Kinder wie dich selber, komm. Es ist nicht der letzte Satz im Buch, aber besser kann man Jeremy Fragrance eigentlich nicht zusammenfassen. Wichtig ist mir aber nochmal zu erwähnen, dass niemand, nicht die Mutter oder der Vater, die Kinder oder sich gegenseitig verprügeln soll. Das gibt's gar nicht. Das steht da drinnen? Klares und unverrückbares Statement. Niemand sollte jemals irgendwen in irgendeiner Position verprügeln. Und nach so einem tiefgehenden Satz folgt das... Der nächste Satz. ...das wohl wichtigste Credo des Jeremy Fragrance. Let's go! Der nächste Satz! Let's go! Number one. Let's go. Weiter zum nächsten Satz. Nie aufhören. Das klingt ein bisschen so... Ich hab so ein bisschen den Eindruck, dass Jeremy Fragrance das gleiche Gefühl hatte, als er sein Buch geschrieben hat, wie man eben so in der Schule hatte, wenn man einen Aufsatz schreiben musste und unbedingt noch auf die Wörteranzahl kommen musste. Weißt du, so du schreibst wirklich noch so... Und deswegen denke ich, dass wenn wir sachbezogen über die Inhalte der thematischen Zusammenhänge sprechen, kommen wir alle zum Schluss im nächsten Satz weiter so... Let's go! Ich bin number one! Vielen Dank für die... Vielleicht hat sein Verlag eine Mindestanforderung an Wörtern vorausgesetzt und er hatte genau das... Nie aufgeben. Wie so groß über den nächsten Satz nachdenken. Weiter geht's. Ich muss als Fazit sagen, nachdem ich dieses Buch gelesen habe, war es wirklich lebensverändernd für mich. Ich bin als neuer Mensch aus dieser Erfahrung herausgegangen. Ich hoffe, ihr konntet viel aus diesem Video mitnehmen. Wundervoll. Eines der besten Klingeln-Videos, das ich jemals gesehen habe. Wirklich. Und das ist sehr witzig. die euch im Leben weiterhelfen werden. Let's go! Weiter so! Ich denke, in 2000 Jahren wird die Menschheit dank diesem Buch die Lehren des Jeremy über die ganze Welt verteilt haben. Number one! Let's go! Weiter zum nächsten Satz. Tschüss! Also, das ist ja wirklich ikonisch, könnte man fast sagen. Ikonisch!